Fernand Knopf, Liebkosungen, die Zärtlichkeit der Sphinx Oedipus und Sphinx neigen zärtlich ihre Köpfe aneinander. Oder sollen wir lieber sagen, der Maler und seine Schwester? Denn im Gesicht des Jünglings hat der Maler ein Selbstporträt versteckt. Im Gesicht der Sphinx, das seiner Schwester. Diese stand ihm wiederholt Modell, so dass ihre Gesichtszüge in zahlreichen Werken des Belgiers wiederkehren. Nur ihr Körper wurde durch den eines Leoparden ersetzt. Dieser drückt viel mehr Wohlgefallen als Bedrohung aus. Der Po ist unnatürlich in die Höhe gestreckt, womöglich ein Zeichen dafür, dass die Idylle trügerisch ist. Separiert man das Hinterteil, könnte die Katze gerade zum Sprung ansetzen. Vielleicht ist das Motiv von Honoré de Balzacs »Leidenschaft in der Wüste« inspiriert, in welcher sich ein Soldat in der ägyptischen Einöde in einen Panther verliebt. Die hier gezeigte Sphinx hat zusätzlichen hohen symbolischen Gehalt, da sie den Inbegriff der verführerischen femme fatale darstellt. In der griechischen Mythologie ist die Sphinx stark mit einem konfliktbeladenen Geschlechterverhältnis verknüpft. Umso spannender wird die Frage nach dem Verhältnis des Malers und seiner Schwester in diesem Zusammenhang.